Hallo und herzlich willkommen. In diesem Lernvideo erkläre ich dir anhand der Zeichnungen, wie du einen rauhaarigen Fox Terrier rassetypisch im Salonalltag pflegst und wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zusätzlich zu der rassetypischen Pflege zeige ich dir in einem weiteren Video, wie du einen rauhaarigen Fox Terrier pflegen kannst, wenn er nicht oder nur teilweise trinnbar ist. Ein kleiner Tipp, um schnell und unterstützend auf die Lernunterlagen zugreifen zu können, findest du nach dem Lernvideo die zusammenfassenden Lernunterlagen des Fox Terriers. Untertitelung des ZDF, 2020